Einen schönen guten Tag. In diesem Video erfahren Sie, was Sie tun müssen, wenn Sie Wabi Profi 3 im Terminal Server Betrieb verwenden wollen. Natürlich können Sie das auch auf jedes andere Programm der Welt umlegen, aber in unserem Beispiel arbeiten wir ja mit Wabi Profi 3. Da ich an dieser Stelle nicht davon ausgehen kann, dass jeder von Ihnen ein IT-Fachmann ist, ein Spezialist ist, der sofort weiß, was Terminal Server ist, hier eine ganz, ganz kurze Einführung. Ein Terminal Server bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell, stabil und natürlich auch performant Dateien auf einen entfernten Rechner auszuführen. Wenn Sie mit Wabi Profi 3 arbeiten und im Netzwerk arbeiten, Sie eventuell Netzwerkprobleme, Netzwerkabbrüche oder Performanceprobleme haben, kann der Umstieg auf einen Terminal Server natürlich sehr, sehr interessant sein, weil es auch Stabilität und einen Performancebeschub mit sich bringt. Jedoch kann nicht jeder einfach mal so auf die Schnelle einen Terminal Server einrichten, denn ein Terminal Server muss administriert werden. Hierzu einfach mal im Internet recherchieren oder mal den Computerladen Ihres Vertrauens fragen. In unserem Beispiel habe ich das mal vorbereitet. Ich habe jetzt hier dreimal Wabi Profi 3 gestartet und zwar auf einem und demselben Rechner und zwar von einem und demselben Ort aus. Das ist im Terminal Server Betrieb möglich. Im klassischen Netzwerkbetrieb ist es ja so, dass Sie Wabi Profi 3 auf Ihren Rechner installieren, dort die Wabi Profi 3-Exe ausführen auf dem Client und der Client sich die Daten vom Server holt. Und diese Kommunikation vom lokalen Server oder dieser Abgleich der Daten kann unter Umständen dauern, bei Funknetzwerken eventuell instabil werden. Ja, und weil einfach der Client sagt, hey, ich habe eine Änderung, der Server sagt danke, der Server sagt Änderung empfangen, gespeichert, da hast du die Bestätigung. Also dieses Hin- und Herschieben von Informationen und Zertifikaten geht natürlich zulasten der Performance, was im Terminal Server Betrieb nahezu wegfällt, weil die Kommunikation auf einem Rechner ist. Hierzu sollte die Konfiguration Ihres Terminal Servers Punkt 1 leistungsstark sein, das heißt, Sie brauchen eine starke CPU. Ich würde Ihnen SSD-Platten empfehlen, zusätzliche physikalische Festplatten zum Speichern, natürlich zum täglichen Speichern und mindestens 8 bis 16 GB Arbeitsspeicher. Dann sind Sie gut ausgestattet und bitte nicht einen Zwei-Core-Prozessor verwenden. Also schon einen Quad-Core oder sowas sollte man dann schon verwenden. So, um das auch kurz, ganz kurz in der Praxis zu zeigen, ich habe hier mal den Artikel 2, da habe ich eine Artikelbezeichnung 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, den ändere ich und mache den 8, 9 weg. Hier sage ich speichern und Sie sehen, dass wir im Hintergrund auch die Instanzen vom Artikelstamm bereits auf zwei weiteren Stationen offen haben. Ich sage, ich will die Änderung speichern. Jetzt gehe ich auf diese Station und schaue mir den Artikel 2 an und ich habe die Änderung nun hier. Und hier haben wir in der Liste noch die ursprüngliche Information. Hier 5, 6, 7, 8, 9 und wenn ich jetzt darauf klicke, habe ich tatsächlich hier die aktualisierte Information dieses Clients, der das geändert hat. Also das ist relativ cool und es geht auch echt schnell. Und das ist eben auch der große Vorteil. Aber was Sie jetzt tun müssen und wie Sie es einrichten müssen, das erfahren Sie jetzt. Und an dieser Stelle gehe ich davon aus, dass hier ein Admin gegenüber sitzt. So, deswegen gehe ich jetzt nicht jeden kleinen Schritt drauf ein und sage, das und das müssen Sie tun, sondern ich gebe Ihnen jetzt die direkte Anleitung. Sie gehen auf Ihren Terminal Server in Ihr Installationsverzeichnis. Dort klicken Sie oder dort wählen Sie das Wabi Profi 3 Verzeichnis aus. Auf dem Terminal Server legen Sie nun eine Konfigurationsdatei an, die sich Terminal Server nennt. Und zwar, es muss eine INI-Datei sein. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, lege ich jetzt eine INI-Datei an. Ganz einfach, rechtsklick, Neue, dann Textdokument. Dann sagen Sie, ich bin ein Terminal Server, ein Textdokument. Dann machen Sie einen Doppelklick auf dieses Textdokument, öffnen das mit dem Microsoft Editor, sagen Datei, speichern unter, wählen hier als Dateityp alle Dateien aus und wählen als Endung Punkt INI aus. Und schon können Sie eine INI-Datei, eine Konfigurationsdatei erstellen. Ganz simpel eigentlich. Aber das ist eine Frage, Sie glauben es nicht, da immer wieder viele Admin sagen, hä, wie geht jetzt das? Diese erstellte Textdokument können Sie nun löschen. Was tun Sie als nächstes? Sie gehen jetzt her und installieren Wabi Profi 3 auf jeden Rechner, also auf jeden Client, auf dem Wabi Profi 3 irgendwann mal ausgeführt werden soll. Okay, das ist wichtig. Es geht nur darum, dass die Registrierungen in der Windows Registry auf den Client auch vorhanden sind. Das erstellte Icon, das Sie dann nachher auf Ihrem Desktop finden, hier, das ist ja dann auf jedem Client drauf. Das löschen Sie dann einfach, das brauchen wir nicht mehr. Nun erstellen Sie auf jeden Client, wichtig, eine Terminal Server Verbindung auf die Wabi Profi 3 Echse am Terminal Server und zwar in dem Wabi Profi 3 Verzeichnis hier. Und zwar jeder Client verweist auf die gleiche Datei im gleichen Arbeitsverzeichnis. Dann müssen Sie natürlich Ihre Hardware routen, klar, muss ich nichts dazu sagen. Und dann können Sie Wabi Profi 3 schon starten. Und zwar am Terminal Server direkt und zwar einmalig, okay? Hier klicken wir auf Wabi 3 Echse. Wenn wir uns eingeloggt haben, klicken Sie oben in der Menüleiste auf Administration und Stationen, Mandanten. Stationen, Terminal Server, Stationen. Das Fenster mache ich jetzt ein kleines bisschen größer. Nun legen Sie die Anzahl Ihrer Stationen fest, die Sie haben. Ich sage jetzt mal hier Kasse, Mandant aktiv, das ist wichtig. Lager, egal. Achso. Das aktive Setzen ist wichtig. Und natürlich machen wir jetzt das Nächste und sagen Keller, egal. Alles egal. Okay. Jetzt haben wir schon den ersten Schritt getan. Das heißt, Sie haben schon mal drei Stationen angelegt. Also in unserem Fall haben wir drei Stationen angelegt. Sie können nur die maximale Anzahl Ihrer Netzwerklizenzen auch als Stationen festlegen. Das heißt, haben Sie drei Lizenzen, dann können Sie nur drei Stationen festlegen. Richtig. Nun beenden wir Wabi Profi 3 am Terminal Server. Und jetzt können Sie Wabi Profi 3 vom Client her ausführen. Das heißt, Sie haben auf Ihren Client dann irgendwo Ihre Terminal Server Verbindung, die in den meisten Fällen aus kleiner blauer Computer dargestellt ist. Dem geben Sie auch dementsprechend einen Namen. Sie starten nun Wabi Profi 3 von Ihrem Client aus auf dem Terminal Server direkt. Wählen nun aus, wer Sie sind. Wir sagen, ich bin die Kasse. Und das müssen Sie nun auf jeden Client einmalig tun. In unserem Fall ist halt einfach das Programm noch nicht freigeschaltet. Ist ja egal. Ich sage jetzt einfach mal weiter. Sie klicken auf Administrationssystemeinstellungen. Nun klicken Sie einmal auf die Karteikarte Verkauf, Grundeinstellungen. Die Anzahl der Kassen erhöhen Sie auf die maximale mögliche Einstellungsmöglichkeit. Beispiel, wir haben vier Lizenzen, also gebe ich hier bei maximaler Anzahl der Kassen auch vier ein. Sie können nicht fünf eingeben, weil das macht die Software nicht. Das geht leider nicht. Okay. Hier Kassen benennen. Sie benennen Ihre Arbeitsstationen natürlich sprechend, damit es für Sie eindeutig ist. Des Weiteren klicken Sie dann wieder auf Systemeinstellungen und Mail. Bei Standard-Mail-Versandart wählen Sie erstmal keines aus. Dann klicken Sie auf die Karteikarte Hardware, Kundendisplay und wählen Externe Line-Display-Variante benutzen. Dieses Häkchen nehmen Sie bitte heraus. Okay. Dann sollten Sie auf die Karteikarte Drucker klicken und die Drucker einstellen, die für diesen Client relevant sind, die Sie im Idealfall schon geroutet haben. Dann haben Sie schon die Grundvoraussetzungen geschaffen, dass Sie sagen, okay, jetzt ist hier schon mal alles individuell konfiguriert. Um das Ganze natürlich von unserer Seite hier etwas visuell besser darstellen zu können, haben wir die jeweiligen Stationen, die wir gerade benannt haben, Kasse, Lager und Keller, schon mal farblich etwas eingegrenzt, damit Sie dann sehen, rot ist die Kasse, grün ist der Keller und blau ist zum Beispiel das Lager. So, wir können nun den nächsten Client starten und ich sage ihm hier, ich bin auch die Kasse. An dieser Stelle haben wir eine Sicherheitsoption mit integriert, die sagt, hey, wenn die Station bereits gestartet ist, kann die Station nicht nochmal gestartet sein. Und das Coole ist jetzt tatsächlich, dass Sie von zu Hause aus auch zum Beispiel eine Terminal-Server-Verbindung haben könnten auf die Kasse als Beispiel. Das heißt, wenn keiner an der Kasse arbeitet, dann könnten Sie von zu Hause aus quasi kassieren. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, aber Sie könnten die Buchführung machen oder sonst irgendwas. Also das ist echt cool und total praktisch und bequem, weil Sie keine Datensicherung von A nach B transportieren müssen. Wie gesagt, ich bin hier das Lager. So, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, innerhalb von neun Minuten das Ganze mit Erklärung meinerseits hier einzurichten und das Ganze zum Larven zu bringen. Wichtig ist, und da möchte ich nochmal darauf eingehen, dass Sie tatsächlich, und das ist eine Frage, die uns immer wieder mal erreicht, in den Systemeinstellungen auch tatsächlich, auch wenn es keinen Kassenplatz ist, Ihre Kassen und Ihren Kassennamen definieren. Also Systemeinstellungen Verkauf, Verhalten und Optik, dass Sie dort jeder Station eine unterschiedliche Kasse, also eine unterschiedliche verfügbare Kasse zuweisen. Warum ist das so? Das Rechnungsmodul kann entweder zentral oder unabhängig voneinander gestartet werden. Wenn Sie einen Mehrfachbetrieb haben, Netzwerkbetrieb, Terminal-Serverbetrieb, muss das Rechnungsmodul natürlich wissen, welche Station bin ich. Und diese Station oder diese Stationinformationen erhält Sie aus der Benennung der Kasse. So, wenn Sie sagen, ich bin überall die Kasse 1 und Sie starten fünfmal das Rechnungsmodul, dann haben Sie die Situation, dass, oder wir simulieren das einfach. Ich sage hier, ich bin das Lager und grün sage ich auch, ich bin das Lager. Verkauf, Verhalten und Optik, ich sage hier, ich bin das Lager. So, und ich gehe jetzt hier in das Rechnungsmodul hinein und verkaufe hier irgendwas. Ja, bestätigen muss man schon. Ich gehe jetzt hier in das Rechnungsmodul hinein. Dann habe ich hier die Festplatte auch drin. Also da habe ich beide, also da habe ich den gleichen Artikel drin. Warum? Weil Sie ja die Stationen gleich benannt haben. Und Gleiches wird immer zusammengefasst. Und Gleiches soll ja gleich sein und nicht unterschiedlich sein. Nur wenn Sie diesen Unterschied schaffen, durch Benennung der Kasse, nur dann ist es möglich, damit das auch getrennt voneinander funktioniert. So, jetzt gehe ich mal da raus und sage hier Administration. Ach, komm. Administration, Systemeinstellungen. Grün war unser Keller, glaube ich. Verkauf, Verhalten und Optik, Keller. So, und wenn ich jetzt hier in die Rechnungskasse hineingehe, ich verkaufe hier was in der Rechnungskasse, hier den Artikel egal. Und ich gehe jetzt hier hinein, ja, dann kann ich hier irgendwas anders verkaufen. So, und dann tun sich auch die Kassen hier nichts. Das genauso verhält es sich natürlich mit der normalen Kasse. Also die Benennung oder die Benennung an einer Station oder die Zuweisung einer Kasse zu einer Station ist elementar wichtig und garantiert einen unabhängigen und reibungslosen Ablauf. An der Stelle hoffe ich, alle Ihre Fragen beantwortet zu haben. Entschuldige mich davor, dass ich mich eventuell manchmal verhaspelt habe, aber es ist real life. Das ist jetzt nichts Gefaktes, nichts Vorbereitetes, sondern es ist tatsächlich aus dem realen Leben schnell mal umgesetzt und das ist mit Wabi Profi 3 möglich. Sie können viele Dinge schnell mal umsetzen, wenn man weiß, wie es geht. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und... ... ... ...